Die Archie mit der Sina, Eva mit Misserett und der Rest. Amen. 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 Meine Damen und Herren, wie ihr gesehen habt, es gab jetzt viele Möglichkeiten, das Pferd auch außerhalb vom Reiten zu beschäftigen, mit Quatsch und Soße, die auch mitwollten Dingen. Meine Damen und Herren, die haben immer zugekommen, das macht aber auch nichts, vielleicht habt ihr ein paar Anregungen bekommen, was alles möglich ist. Ich sage nochmal Danke an Damen, Sportliefer, Meder und Aki, Sina. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.